Fast alle wollen ihre große Liebe finden. Das heißt lieben und die meisten wollen auch noch geliebt werden. Dabei haben verschiedene Menschen unterschiedliche Vorstellungen über die Liebe selbst und über mögliche Gefühlsäußerungen. Das heißt, wenn zwei einander lieben, bedeutet das überhaupt nicht, dass sie einander verstehen, beziehungsweise jede von ihnen die Vorstellungen und die Bedürfnisse seines Partners erkennt und akzeptiert. Es gibt Verliebtheit und Liebe. Wo ist der Unterschied? Man kann den Zustand der menschlichen Verliebtheit unterschiedlich beschreiben. Aber es gibt einige typischen Eigenschaften. Pulsrasen, verstärktes Schlagen des Herzens, Wangenrot. Einige sagen, die Verliebtheit bedeutet einen kurzfristigen Hirnschaden. Dieser Zustand kann von zwei Wochen bis drei Jahre dauern. Das biochemische Bild der Liebe ist völlig anders und kann mit dem biochemischen Bild der Verliebtheit überhaupt nicht verglichen werden. Im Gehirn werden die Wohlfühlhormone ausgearbeitet, die den Stress neutralisieren und den Menschen in einen Harmoniezustand versetzen. Heute besprechen wir das Thema Liebe und Liebeskummer. Die Liebe ist das schönste Gefühl auf der Welt. Die Menschheit ist ohne Liebe nicht vorzustellen. Der Volksmund sagt, wer liebt, hat alle Faschen voller Hoffnung. Aber heute gibt es Menschen, die denken, dass die Liebe erdacht ist, dass die Zeit der Leidenschaften, der Eifersucht, der Liebeserklärungen schon längst vorbei ist. Es gibt doch verschiedene Arten der Liebe. Die Liebe zu den Verwandten, zu den Eltern, zu den Geschwistern, zum Leben, zum Beruf, zur Kunst, zur Heimat und endlich die Liebe zum anderen Menschen. Die Liebe zum anderen Menschen ist die schönste. Diese Liebe verändert den Menschen sehr. Er hat andere Gefühle, andere Gedanken. Das Leben bekommt für ihn einen anderen Sinn. Anders wird sein Benehmen. Wer liebt, der hofft auf das Bessere, auf das künftige Glück mit seiner oder ihrem Geliebten. Wer geliebt wird, ist immer nett und hübsch, der Begehrteste. Die Liebe bedeutet immer Vertrauen, Selbstaufopferung. Zuverlässigkeit. Ohne Liebe ist der Mensch nichts. Eine wahre Liebe ist immer eine treue, zärtliche, innige Liebe. Nach einer Liebe, ganz gleich, wie lange sie angedauert hat, kommt irgendwann die Trennung und diese schmerzt einigen Partnern so sehr, dass die Menschen in Depressionen fallen und sehr lange dem anderen Mensch nahezu nachtrauern. Symptome und erlebte Gefühle Die Menschen kennen in der Zeit sehr viele negative Gefühle, wie Wut, Hass, Traurigkeit undurch, Schmerzen. Die Menschen lachen weniger, sind nicht wirklich glücklich, denken an alte Zeiten zurück, manchmal so, als gäbe es keine Zukunft mehr in Sachen Liebe und fühlen sich gestresst. Denn eine Trennung schüttet Stresshormone aus, die die Männer aggressiver werden lassen und die Frauen mit Hilfe von Süßigkeiten, insbesondere Schokolade, bekämpfen. Liebeskummer gehört leider zum Leben und insbesondere zu der Liebe dazu. Aber sie stärkt uns im Laufe der Zeit und im Laufe des Lebens und macht uns jedes Mal ein kleines Stückchen reifer und stärker für die kleinen und großen Rückschläge im Leben. Die Symptome des Liebeskummers sind typenabhängig. Es gibt sehr leichte als auch sehr schwere Formen. Generell werden dabei bestimmte Phasen durchlaufen. Phase 1. Nicht wahrhaben wollen Phase 2. Aufbrechende Gefühle Phase 3. Neuorientierung Phase 4. Neues Lebenskonzept Liebeskummer bekämpfen Wird man sich bewusst, dass das Leben nicht zu Ende geht und dass Millionen Männer und Frauen auf dieser Erde nach dem Traumpartner suchen, dann hilft auch der Satz, für jeden Topf gibt es das passende Deckelchen. Liebeskummer ist aber kein Schicksal. Wie sehr und wie lange das Herz schmerzt, können die Betroffenen selbst steuern. Christuch Gebeomen